sagt wie viel Eisen wir haben das ist doch so unnatürlich nein ähm Eisen Redstone kommt auch mal da rein oh es ist noch draußen Eisen kommt da rein brauche ich irgendwas Schwert Axt Schaufels aus Diamant das ist aus Diamant ich hab mir jetzt erstmal ne kleine Basis in der Mine gebaut und um wo ist mein Eisenschwerer ne Eisenachst genau gut gut ich bin so gut wie gerettet gerettet tt 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 Einfelsch t-slash-buck to the future Viele Pilze hier rumliegen. Die habe ich gar nicht alle mitgenommen. Die baue ich jetzt mal alle ab. So, t-slash tp-xc jetzt habe ich es mal richtig gesagt. Du lass auf die Rolle hier nicht liegen. Hier kommt die Sankt meine kleine Basis, weil sonst gehe ich kaputt. Das ist eine kleine Basis. Hier gibt es keine Basis. Wenn du die ganzen 20 Diamanten musst, hast du mir vorhin gehalten? Nö. Kannst du gucken, ich habe ein Diamant habe ich. Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei. Siehste. Das ist nicht die. Wo hast du eigentlich die anderen zwei Diamanten hin, wo du aus der Kiste hast oder drei. Die habe ich bei mir ins Haus getan, in der Kiste. Also. Ich habe einen Bogen. 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 Die Diamant. Ich trage den mal mit hoch, weil wer weiß, wenn da unten ein Krippe explodiert. ja siehst du da fängt schon an ach so das warst du schon immer noch eisen wie viel eisen hier ist es war eindeutig die größte eisenader wo ich jemals gehabt habe ich platz jetzt hier noch eine fackel rein und dann kann ich einfach zu bauen weil sonst born der da hinten monster und dann hast du die ganze zeit das geröchel ich baue mir eine eisentür das müsste so eine eisentür auch holz mit auf der eisentür bringt wirklich nur was wenn man ihn weder auf schwer oder im hardcore-modus spielt weil nämlich dort zombies die die türen zertreten aber nur im hardcore-modus oder eben auf der stufe schwer er und was er irgendwie auch sinn gibt weil der hardcore-modus automatisch auf stufe schwer ist ich glaube da brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr mit zu gehen die nächsten folgen auch nach der pause nicht mehr was sie da jetzt alles bauen können was wir mit der ganzen kohle verschwören können das aber anzunehmen ein halbes kohlekraftwerk beheizen johu das ist nicht schlecht die diamanten sind unser luxus jahren die viele endermens hier sind habe ich doch gesagt auch über mir das ist glaube ich der Schacht wo ich gesagt habe was auch da ist aber über einen deswegen gehe ich mal ganz weit hier weg und bau das Eisen aus die sichere Entfernung ab 8 ich habe auch die Spur oder nur in der Römer lass mich dich mal ein bisschen verhauen okay in der Perle Hallo Skelett ich glaube als nächstes werde ich mir eine Eisenrüstung bauen ich will mein Lager noch nach oben verlegen in meinen Dingsbums in meinen Dachboden in meinen Dingsbums ja in meinen Dingsbums ich bin ja so einer aber der Domi der ist viel schlimmer Dandy ja hehehehehe das soll ich sagen nee sind alle unsere weiblichen Zuschauer geschockt außerdem war das nur ein Scherz ja von mir war das ein Scherz aber ich finde in der letzten Aufnahme hier könnten wir es doch eigentlich offenbar haha nein das ist doch nur ein Scherz war boah wir hier mal einfach mal zwei Skelette und zwei Zombies und auf einmal drei Skelette drei Zombies sind alter Verwalter da hab ich doch grad was grünes hupen sehen da hab ich doch grad was grünes hupen sehen nein Giftspinnenspawner nein 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 alter ich werde hier sterben ich höre nur noch Skelette und Spinnen und Endermans und Spinnen nein 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 dann geht dahin dass die items nicht alter ich grieche gleich ein Herzkasper Herzkasper ja alter ohne Scheiß ey weil ich gehe hier grad durch die Hölle ey ohne Höllenportal da ich will einfach jetzt nur noch dass ich mich regeneriert ich will mich nur noch regenerieren fackeln 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 ich brauche fackeln nein nein nicht spinnen nein keine spinnen keine spinnen ich will einfach nur fackeln nur fackeln ich möchte nur fackeln haben mehr nicht ein bisschen das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ich will spielen ich will spielen so ich habe fackeln die ich trinke ich bin ich bin ich gehe es ist und das ist so und gehen Achtung Schwert Achtung Schwert Achtung Spinnen Achtung keine Fackeln ein den Sold gelegt so schnell Fackeln Fackeln da oben ist auch eine Fackel, ach so die war schon Alter, Alter, ich höre hier gerade nur noch Zombies und Spinnen oder ich höre hier gerade alles nur noch, ey, ey, das ist jetzt absolut extrem hier und äh, ich bin so was von froh, wenn das Wasser hier erst mal weg ist ich werde leben ich werde sterben Alter, was ist denn das hier für ein Riesenloch das ist das ist das ist das ist das ist wirklich die extremste Miene, wo ich jemals gehabt habe, äh, deutlich ich höre hier nur noch Spinnen und boah ey Kevin, wir haben 66 Faden, ne was Faden 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 66, was weiß ich, was ich alles im Gefäck habe boah, ich muss gegen die Strömung ankämpfen ich habe gewonnen gegen die Strömung und das Wasser geht immer noch nicht weg weil hier noch irgendwo was ist Hallo? wieso leckt das Server bei mir rum? war doch genug Rämm war doch genug Rämm alter Nö, ne ach nö noch mehr Wasser von der Oberfläche ja klasse ja klasse alle bei mir sind grad zwei Endermens wo kommen denn jetzt hier noch Wasser her? ach nö, das ist so ein komischer Tintenfisch alter ich komme hier grad weder vorwärts noch rückwärts jetzt bist du hier grad irgendwo Zombies komm schon wie denn sag mal und im Bett gegen ach du Scheiße mach einfach so Respekt weiß ich geh jetzt auch hoch und mach mir eine Rüstung weil ich überlebt es ja mich sonst hier nicht ich hab hier irgendwo so ein Giftspinn-Spawner da unten ist eine Szene und hier kommen lauter Giftspinn und auch da bist du, Gott sei Dank wo sind meine Items? boah ey, alter ey das ist, das ist eindeutig eine Mörderhöhle, ey ich weiß nicht, ich hab nicht eingesammelt ich kann nämlich nichts einsammeln ich bin absolut voll belastet ich bin radioaktiv belastet im Let's Play dann weder, weil ich nämlich Ding abbaue Hurra jetzt geht auch mal Jung, du essiges Gelett warte ich komm und helf dir wir kommen jetzt von mir eine Escorte, ey mein Schwert schon wieder fast am Anus ja, Gott meine ganz viele Alte ich muss irgendwie an den Spawner herankommen äh am besten von oben nein 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 das vergesst ihr alle das könnt ihr vergessen ihr könnt mich nicht töten ich bin unsterblich weil ich der König bin nie was ist das ist wo bist du denn jetzt hat endlich Heißhäste das Kind ich bin über den Spawner und habe ihn zerstört aber ich höre hier immer noch springen, Alter, das nimmt gar kein Ende Oh, 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 jetzt hat man ein letztes Stück lang geschlagen Nein! T-S-Lash-Back Alter, 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 alter Alter, das ist ja Adrenalin pur hier, ey Ne, ne Ne, ne Ne, ne, ne Ne, 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 ne Ne, ne Ne, ne Ne, ne Ne Ich hab nix zum Weg, weil ich schmeiß den Kies weg Kies braucht kein Mensch Boah, ey, alter, wo war denn jetzt hier die Höhle mit dem Spinn-Spawner Und Gronkh hat mal seine Höhle als Mörderhöhle bezeichnet, ey Das ist, das ist, das, das waren Das war der Rheinz-Kindergarten gegen die über dem hier, was ich jetzt hier gerade durchmache alles Schon wieder Gifft spielen Ne, das sind normale Spinnen Ach, ich seh dich Ja, ich hab dich auch gerade gesehen Ja, ich hab dich auch gerade gesehen Du, verdammter Enderman Hast mich Was? Was? Bitte schon wieder Was? Und Was greifst du mich denn die ganze Zeit an? So, nur ist Schluss, ey Und Und Du, nur halt Jetzt Mal die Schlauze Und So, was Ich hier Ausstundenschwert Ich mach dir meine Rüstung mit, na Ja Wir haben nämlich genug Eisen Ich muss unbedingt mal meine Tasche rausleeren Jetzt ich hol jetzt alles einfach mal eine Kiste Enderperle Kohle Feuerstein Lapis Schienen Kann weg Kies Kann weg Das kann weg Das kann weg Das kann weg Pilze können weg Kisten können weg Erde kann weg So, jetzt ist erstmal Platz hier im Inventar Aus dem Eisen baue ich mir jetzt schönen Eisenhelm Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Der unten hat Kevin Obsibion hergestellt Mein Gott So, ich hab jetzt fast man Steck Eisen für dich verbraucht Was hast du mir denn gemacht? Ich hab dir die Rüstung Boah, lecker attack Komm her Mein Geh weg Du gehst jetzt daher Sofort Da war ich schon Das ist das dann schon Warte Ja, bleib mal da in der Kiste Bleib mal hier in der Kiste in der ersten Das ist für dich Eisenschwert hättest du nicht brauchen müssen, aber egal Egal, egal, was du hast, hast du Dem, was du kriegen kannst, dann gibt's nicht mehr her Ja, wie jetzt Was fällt dir ein Mich von hinten zu nehmen Perversling Perversling Ne, 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 du, doch sag ich jetzt nix Tieslisch Worte Ich Ja, Tieslischworte ich Ja, ich hab keine Zeit gehabt zum Überlegen Hallo Skelett Hallo Creeper Hallo Creeper Das Gehlehrt, ja guck mal was du kannst, kann ich auch Guck mal Creeper Guck mal Creeper Guck mal Creeper Den Spawner lassen wir, ne? Welchen Spawner? Ja, ja, den Zombies Spawner da, lass den Schöne Scheiße Gib mir den Koppel, gib mir den Koppel, gib mir den Koppel, gib mir den Koppel, gib mir den Koppel Creeper Du hättest du Danke Das ruhig bisschen mehr kaputt nein Das war denn nicht Einmal und sonst So, 40 Minuten haben wir Erst kamen sie langsam vor Na ja, 40 Minuten plus die eine Stunde, wo wir bereits aufgenommen haben Oh, ich hab gedacht, insgesamt Nein Nichts Gibt es heute Das ist doch jetzt ne Rüstung, da ist doch viel chilliger Wie viel Eisen Ich glaub so 56 Eisen habe ich jetzt für uns verbraten, aber dasselbe habe ich nochmal in Ofen reingelegt Also ich hab mir eine Rüstung gemacht, ich hab dir eine Rüstung gemacht und ein Eisenschwer, aber egal Du hast du, du hattest ja eh, das ist ja Du hattest ja eh, das ist ja Was wir haben, haben wir dabei Habe ich überhaupt Stöcke, ja Nein Mit einer Rüstung sind wir jetzt nicht mehr so gefährlich, also die machen können ich nicht mehr die, wenn sie direkt nehmen, die explodieren können sie nicht mehr umbringen, da muss schon mehr kommen Ja, ich hab Brot dabei voll zu gehen Siehste zu essen, doch, ich hab zu essen 4 Steaks hab ich noch Passt du Ja, bei mir ist es immer so 4 Steaks 5 4 5